Die Statistik zeigt, dass die Anzahl der Elektroautos in Deutschland zwar steigt, Verkaufsschlager sind sie allerdings nicht. Am 1. Januar 2017 waren beispielsweise gerade mal rund 34.000 E-Mobile auf Deutschlandstraßen unterwegs. Das liegt zum einen am Preis, aber auch an der verhältnismäßig geringen Reichweite sowie an mangelnden öffentlichen Ladepunkten. Wieso also nicht einfach in der eigenen Garage eine entsprechende Steckdose installieren? Als Mieter ist das aber gar nicht so einfach. Schnell stößt man da an hohe juristische Hürden. Markus Köhn von der Würzburger Kanzlei, MWLG, weiß da allerdings Rat. Seit dem Mietvertrag nichts vereinbart ist, ist der Vermieter nicht dazu verpflichtet, eine Ladestation zur Verfügung zu stellen. Derzeit ist noch geltende Gesetzeslage, dass der Vermieter so eine entsprechende Ladestation nicht zur Verfügung stellen muss. Es gibt allerdings verschiedene Gesetzesinitiativen, um das zu ändern. Das heißt, um die Elektromobilität zu stärken. Allerdings ist das noch Zukunftsmusik. Das E-Auto jede Nacht zum Aufladen bei Aldi oder Ikea stehen zu lassen, weil es daheim nicht geht, ist wohl keine Alternative. Und schon gar kein Kaufanreiz. Bauträger und Wohnungsunternehmen planen im Neubau zwar zunehmend Ladestationen ein, doch in bereits bestehenden Garagen oder Parkplätzen sieht es mau aus. Selbst wer auf eigene Kosten nachrüsten möchte, stößt schnell an Grenzen. Grundsätzlich darf ich nicht auf eigene Kosten und auf eigene Initiative tätig werden, sondern ich muss erst mal das mit dem Vermieter abstimmen. Das heißt, ich muss den um seine Zustimmung bitten. Der Vermieter ist nicht dazu verpflichtet, dementsprechend auch eine Zustimmung zu erteilen, sondern es ist reine Verhandlungs- oder Vereinbarungssache. Umweltbewusste Bürger sind also auf das Wohlwollen der Vermieter angewiesen. Und für den könnte es ja durchaus sinnvoll sein, die Parkplätze aufzurüsten, da dies sicherlich ein weiterer Pluspunkt bei der weiteren Vermietung sein kann.